Guten Abend und herzlich willkommen zum ersten Teil unserer Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Straßburg mit dem Trainer der Gäste, Vincent Collet. Coach, bitte einen Kommentar auf das Spiel. Ich glaube, es war ein wirklich schweres Spiel in dieser Gruppe. Für mich ist Berlin ein guter Team. Wir wussten das, bevor wir hier kommen. Wir hatten eine kurze Zeit für den Neuen Jahr. Es war anders aus Berlin. Sie haben zweitens in ein paar Tagen gespielt. Wir haben seit 2017 gespielt, also wir haben ein bisschen Angst, dass das Beginn wäre schwierig für uns. Und in fact, es war das Gegenteil. Wir haben das Spiel ziemlich gut gemacht und ich glaube, es gab einen Rhythmus im Beginn. Es war das Gegenteil in der zweiten Halbzeit. Sie waren viel mehr aggressiv und unsere Defensive war nicht so gut als in der ersten Halbzeit. Das ist der Grund, dass sie eine Leid bekommen haben. Aber wir haben es geschafft, nur minus drei Halbzeit. Also war es okay für uns. Aber in der zweiten Halbzeit, wir hatten eine zweite Halbzeit. Wir hatten die Wille, um zu bleiben. Wir haben die Halbzeit. Wir haben das gemacht. Wir haben das gemacht. Wir haben mehr Rhythm, mehr Spacing. Wir haben eine Option, um die Ball zu spazieren. In der ersten Halbzeit, wir waren ein bisschen zu langs, um ihre Defensive zu schießen. Sie waren eine sehr agressivere Defensive. Aber in der zweiten Halbzeit, es war besser. Und dann, die Spiel kam. Wir hatten die Leid, zwei Minuten zu gehen. Wir haben gedacht, dass wir das Spiel gewinnen können. Aber wir haben nicht so viel zu denken über Logan. Und Logan war ziemlich unglaublich. Er hat eine Ein-on-one-Aktion gemacht. Wenn wir arbeiten, um unsere Basketball zu finden, er hat den Ball und drei oder vier Mal in einem Jahr gemacht. Er hat einen unglaublichen Schuss gemacht. Der letzte Mal, speziell, war etwas großartiges. Aber wir haben zwei Mal einen Schuss öffnen, um die Spiel zu gewinnen. Unfortunately, wir haben sie nicht gewonnen. Wir haben einen Butsi verloren, nach einem guten Spiel zu gewinnen. Das war der Schuss wir wollten, aber wir haben sie nicht gewonnen. Und der letzte Mal, von Antoine Jau, war ziemlich einfach. Aber das ist Basketball. Wir haben sie verloren. Berlin hat sie gewonnen. So, congratulations zu ihnen. Wir haben sicherlich nicht gewonnen, weil unser Ziel war, es war bereits ein Schritt in dieser Gruppe zu machen. Und wir wussten, dass wir hier gewinnen würden, es wäre ein grosses Mal. Aber wir können es nicht machen. Aber wir kommen wieder mit einem guten Average-Point. So, wir müssen jetzt die nächste Mal gegen Kimmik gewinnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es dazu Fragen? Any questions? Vielen Dank für die Folge. Deutsch oder Englisch? Englisch. 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 Okay. And after, they scored 2x in a row, so they came back tie again. I put him back 2 minutes to go. Okay. It's always a choice. He did his 4st fall 5-4 minutes to go. So, uh, I put him out. und danach können Sie ihn schnell zurückziehen oder denken, dass Sie warten. Ich habe nur gewartet, weil wir nicht von seinem Weg auf der Bench souffert haben. Okay? Weitere Fragen? Mehr Fragen? Vielen Dank, dass Sie hier kommen. Wie erwartet es, ein schwerer Mann, vielleicht der schwerste Mann im letzten Jahr. Der Mann, der hat viel Qualität in jeder Position, der unorthodox Mann, der fast alle kann schießen. Es ist nicht leicht, dass sie mit ihnen zusammenfassen. für uns you could see a little bit tiredness coming, mentally tiredness maybe not completely physical but to keep the high intensity, we did in a long time defensively, but offensively you could see same in Thibingen, some easy mistakes turnovers without any reason this is definitely connected with so many games in a short period anyway, very satisfied because we beat EuroLeague team, this is a EuroLeague those guys were playing EuroLeague satisfied with the character of my team even though there were some situations desperate situations on the court we always find a way especially through Logan who scored also very hard shots in the end thanks also to the good solid team defense we come in situation again to win good to start they have maybe more time to prepare the game to also integrate the new player who is also full quality Bootsi Thornton as I said for us good start the second round but for me personally even more important the next game in national championship against Frankfurt the second round the second round how hard is it to motivate your players in training and before such a game when you know it's not going to be a big big crowd middle of January stuff like that it's not a problem at all because the guys are still very motivated you could not see that they are not motivated they are playing hard it's a pleasure to have such a team you don't need to push them you know this is also you see you know like everybody is really interesting to see you know like what we have to do you know like they are ready to learn and you know for me as I said as a coach you know I'm really set up with the group of people I have you know like around it's middle of January we didn't plan you know like those you know such a bad schedule you know actually missing the two you know in the beginning you know like championship two games Hagen and Oldenburg everybody knows that you know January, February the months you know where you definitely make the difference you know like and if in this month you know we still resist you know and have you know consistent game it's it's you know like it's got a good very good sign that you know we're gonna fulfill our ambition and our expectations back to the game today you have an explanation for the bad really bad start in the last quarter with I think 3.17 it's it's very possible as I said you know like I really want to see you know like a party NBA and we are not NBA you know like who have you know this schedule I think you know nobody actually you know this is you know like they are coming to the game they are they are wanting 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 of course you know like it comes you know like you know some minutes some black minutes you know happened in the beginning of the game happened in the last quarter decisions you know like good decisions were not there anymore to expect you know like all of this you know like coming and I said you know this is the only for me no reason you know it's it's not you know like the tactic they know the tactic they know they try to do their best out of this but you know like those readings those you know like decisions on the end are not all the time the best which is possible also in practice process you know training process you know that you have you know like up and down phases but as I said still you know with the good heart even in Tibbingen it was the same you know situation you know like you know like usually the mistakes you don't make but guys were there Sasha you said that it's a pleasure for you to work with this group can you tell us something about the pleasure to work with David Logan he's a high professionalist you know and as I said also giving you know full effort each practice you know this is not just David you know this is you know he's a part of the group you know but when you have you know like such key players or you know like leaders you know who are willing you know like to give everything you know each day then it's easy you know like also for the other players you know like to follow so he's a good help good support I would say you know through him through Hammonds through through Reggie other guys I cannot you know really split you know because they are all you could you could see also you know strong and you know like direct opponent or direct duels you know between the guys but there was no any small incident they are always giving the hand so shows also the chemistry is there not Noch irgendwelche Wünsche offen? Dann wie immer vielen Dank und noch einen schönen Abend.